ARD Text im Auftrag von Funk Was soll ich denn machen? Tut mir leid Wir haben nie so schnell durch ne Stadt fahren Sind sie direkt gestorben? Ja, tut mir leid, da war nix für mich zu sehen Deswegen fahr ich da einfach durch, logisch Es war nichts zu sehen Hast du das gefilmt? Ja, ich hab's gefilmt Ich zeig dir das gerne im Video irgendwann mal Es war nichts zu sehen und plötzlich bleibt unser Auto stehen POP und dann hab ich ein Teil vor mir stehen Du bist halt durch 3 oder 4 Barrieren voll durchgeprettet Die waren bei mir gar nie vorhanden Bis die aufgepoppt sind Bis das eine Ding vor mir aufgepoppt ist Bis da war nix vorhanden Komm ich dahin, wo ihr? Das ist nördlich von Selenogurst, so ein kleines Dorf Da kannst du gerne hingehen Was? Steht da bei dir oder was? Mhm Fuck, scheiß laggy Server, ehrlich Warum wollt ihr auch auf so einem extrem vollen Spielen? Boah, lustig, ne? Ja, weil lustigermaßen wer leckt und man da durch sinnlosen Scheiß stirbt Ach maaaannn Also wie gesagt, da mach ich mal ein Video fertig Das wird auf jeden Fall auch gesagt Der Scheiß Der Scheiß